ja herzlich willkommen zurück in outlast ja ihr dürft euch wieder amüsieren während ihr meine fresse seht oder wie ich mich erschrecke was ist das er will mir er will mir ganz leder du bist du kein You want a little attention? Perfect and resellable. I'm here for you. I'll be very special. Let me sell you the dream! Nein! 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 Fuck! Fuck! Really? You're not gonna walk on me! If there is one thing that cannot stand on men! It's a quitter! Come on! Alright. Alright. Alright, you can figure this out. Let's... solve some problems. Oops. ... Geh weg! ... ... ... ... Ich musste jetzt irgendwie rausfinden Ah, du kommst auf YouTube So wäre natürlich super, wenn der irgendwie weggeht Aber der bleibt die ganze Zeit in dem einen Raum stehen Ah, das ist kein Vorteil für mich Ist weg Ah, der sagt, der geht einfach nicht weg Ah, ich hoffe, der sieht nicht runter Ah Ah Ach ja, ich war beim Friseur, wie ihr seht Das heißt, falls ihr so eine Frisur haben wollt Beleidigt einfach euren Friseur aufs tiefste Das sagt, der kann schon langsamer mal weggehen Ah Ah Let's teach you the seven habits of highly eviscerated people Hold up there buddy I'll be right away Nein 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 Das ist ein Ich verreck. Drecksack. Drecksack. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Woaah... Oh, Maddy. What are you trying to do? I gave you a chance, eh? You're an old ref. Try again. Well, I feel good. Oh, my God. 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 oh oh Ich glaube nicht, dass ich mich Angst habe! Ich bin in der Reine von Nazis, du verdammt Fancy! Was könntest du damit machen? Boah, da wollte ich mich schon fast verstecken! Woah! Geh weg, Edward! Geh weg! Neee! Warm! Kalt! War ich hier schon oder täuscht das? Ja! 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 Wohääh! Mir rennt die Pumpe! Ja! ... ... ... ... Nein, ich suche noch immer den Schlüssel, wie gesagt. Ich spiele das zum ersten Mal, ich weiß gar nicht wohin. Geh weg. Ich spiel mir doch den Horen. Ja... Ich wollte einen bunker eingestehen. Ich mache den Sturk-Buch. Oh! Oh, ich könnte ihn nicht versuchten. Ich habe ihn nicht mehr als drittet. Ich würde ihn noch nicht viel mehr so atrafen. Oh! Ich habe ihn nicht. Und ich hätte ihn nicht. Ich konnte nicht mehr die Sturk-Buch-Buch-Buch-Buch. Ich habe ihn nicht mehr erinnert, weil er der Riesen-Buch schafft. Wir haben eine Kamera. Ich mag die Musik nicht Ah, eine Batterie. Ja, an was ich gedacht hätte, es wäre ziemlich cool, wenn dann irgendwo im Eck mein Puls angezeigt wäre, aber ich habe noch nicht irgendwas gefunden in die Richtung. Oh! 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 Ich glaube, hier ist nichts. Hallo? Ha! Türe zu? Wird er nicht neugierig? Habe ich Namenfreiheit? Komm rein, lass dich reinlocken, dann kann ich raus. Na los! Das soll nochmal schreien? Ja! Ja! Schnellen, schnellen, schnellen. Schnellen, 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 schnellen. So, hier machen wir auf. Verliftern, hier war glaube ich nichts. Oder auf ein neues, ne super, wirklich. Dass der genau bei mir reinschauen muss. Schnellen, schnellen. Schnellen, schnellen, schnellen. Der schreit ja gar nicht. Ja komm rein, ich gehe bis ans Ende, denn dann habe ich Zeit. Ja, ich hoffe ihr habt eine Freude mir dabei zuzusehen können, wenn ich mir in die Hose kacke. Schnellen, schnellen, schnellen. Schnellen, schnellen, schnellen. Schnellen, schnellen. Schnellen, schnellen, schnellen. Schnellen, schnellen, schnellen. Schnellen, schnellen. Schnellen, schnellen.